Kannst du mich hören? Kannst du mich hören? Ja, ey, yo, wassup, man? Unsere heutige Mission ist, Leute abzufucken bis zu dem Punkt, dass sie uns umbringen von unserem Team. Und der, der als erstes stirbt, der hat gewonnen, würde ich mal sagen. Hallo, Guy. Ich benutze meine Micke, weil ich aggressivisch singe Rapgods, wenn ich in diesem Spiel sterbe. Wenn ich in diesem Spiel sterbe, singe ich aggressivisch Rapgods. Okay, rap es. Oh, ja, rap, Rapgods. Das war nicht schlecht, das war nicht schlecht. Aber du musst die Bewegungen machen, wie du rappierst, mit deinen Händen. Okay. What? Okay. Hä? Was macht er? Ich weiß nicht warum. Ey, Bro. Bro, was machst du? Okay, der Plan ist, du gehst vorraus. Und dann, wenn du sterben, dann... Oh, oh, oh. Dann... Rest in Peace. Ey, ich hab Breeding-Prom. Kann ich das so aufmachen, oder muss ich das... Du kannst dagegen kloppen, glaube ich. Pass auf. Ist da niemand? Da ist niemand. Okay. Oh, oh. Oh. Ah, shit. Damn. Oh, my God. Oh, fuck. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, nein. Jungs. 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 Oh, mein Gott. Oh, die Jungs. Oh, die Jungs. Äh, was geht's hier? Jungs. Ja? Ja? Oh, mein Gott. Jetzt sprich dir Deutsch. Einmal Handheben. Hey! Wenn du eine Pistole in der Hand hast, ne? Ja. Die schießt, dann geht die hoch. Ja, ja. Wenn du die Hand dran hast, ist der Rückstoß nicht so hoch, Digga. Ja, aber wenn ich die Hand dran hab, dann hältst du die Knifte so, dass du es nach links schießt. Muss ich dann immer so spielen, oder was? Äh, das ist dann ein Problem mit deinem Ding. So. Guck mal. Ich ziel so, und wenn ich die Hand, die packe, dann macht's so. Bist du dumm? Dann hast du Probleme mit deinem Controller. Ich verarsch dich doch nur. Ach so, ja, mein Controller wahrscheinlich, ja. Oder vielleicht sind deine Tipps einfach nicht so hoch. Der verarscht mich nur, Digga, dann scheiß ich auf dich, Digga. Nein, das war doch nur Spaß. Das war nur Spaß. Ganz ruhig, ganz ruhig, Azrael. Alles gut, hey. Danke für den Tipp. Okay. Ich verstehe! Oh, da ist ein Kopf gewesen. Da war ein Kopf. Ja! Azrael! Ja! Warum ist dein Mic so komisch? Meins? Du hörst dich eigentlich ganz gut an. Hä? Ja, Mann. Ich hab ne Rift S, Bro. Er ist ein Roboter. Azrael, ich kann dir, oder wie sollen wir dich eigentlich nennen? Azrael, Andi, wie du magst, Digga. Andi, guck mal, das ist ne Granate. Falls du die noch nie gesehen hast, du musst so... Also... Ne, warte, wie war das? Dinger, zuerst... Erst aktivieren. Nein, nein, hä? Aktivieren. Digga, ne, komm, lass es einfach. Am besten, lass es. Das ist ein bisschen zu kompliziert für dich, glaub ich, mit den Granaten. Okay, ich mach nicht direkt... Hä? Oh, Scheiße, ey! Wer war das? Oh, warum soll das kompliziert sein? Hat das funktioniert? Oh, oh, da kommt einer. Da kommt einer wirklich. Komm. Komm. Oh, Scheiße. Ah, Mann, ich sag jetzt gleich, dass ich gleich essen gehe auf Troll-Tape-Shattern-Tour-Salz, weil ich aufgehabt bin. Ich kann auch eine Runde oder so spielen, dann muss ich essen. Digga, der muss einfach essen gehen. Jetzt grad, wo wir so ein gutes Team haben, so eigentlich fast schon so ein Dream-Team, ne? Na, warte mal auf, Digga. Warum? Schau dir den Schneckfrosch auf der anderen Seite an. Schau dir den T.J. Clark an. Guck dir diesen Karamu an. Wir werden jetzt dick aufs Maul kriegen. Hä? Wen soll ich mir angucken? Die anderen Jungs auf der Seite. Schneckfrosch, T.J. Clark und Karamu. Wir werden jetzt böse aufs Arschloch kriegen. Weiß ich nicht, warum ihr noch auf dem Dach seid, ne? Wenn die Luft rein ist, dann können wir rein, würde ich sagen. Kann man schon rein? Okay, die Luft ist nicht ganz so rein gewesen. Azrael ist raus, nein. You speak German? Nein. Schau dir meinen Bratwurst, bitte. Scheiße. Scheiße. Arschloch. Ja, ich bin all German. Nicht schlecht, nicht schlecht. Welche Sprache soll man sprechen? Normalerweise. Ich bin aus Schweden. Oh, okay, okay. Wir sind eigentlich einer der besten Spieler in Deutschland. Folle unsere Lied, würde ich sagen. Du bist der besten Spieler? Ja. Wie ist das auf dem Torbord? Ja. Wir sind auf dem Torbord. Ja. Wir sind auf dem Torbord. Ja. Ja, bitte. Du hörst mich? Du hörst mich? Ja, aber nicht sehr gut. Hey! Kannst du mich hören? Ja, das ist besser. Du musst etwas falsch sein mit deinem Mikkel. Nein, ich habe es in meinem Arschloch. Hey, okay, okay. I'm gonna show you now, like, how we play pro players, eSports style in Germany. I follow your lead. Not pro players. Now, 360, uh, thing. I make a 360 while going up here. It's called the 360 Seil. Hey, man. How can I up, man? Throw your rope. Okay, I'm gonna jump down now and then I'm gonna do a 360 no scope maybe even. Boom. Okay. See, I'm still alive. Can you rap good morning by Kanye West? I can't really understand what you're saying due to your mic quality. Nice one. EA Sports. It's in the game. Isak, are you a bot or are you real? Oh my god, I think he's a bot. Wieso haben wir ja schon direkt Waffen? Okay, nice. Oh, let's go, let's go. Endlich mal gute Leute hier. Wir hatten nur Trash-Teams bis jetzt. Hallo. Janis, darf ich dir Janis sagen? Ja, ist okay für mich. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Hört ihr den anderen auch? Hört ihr den? Mit dem Mikrofon? Wie kommen wir nach oben, hallo? Nach oben mit dem, mit dem Seil. Hallo. Ja, mach ich, mach ich, mach ich. Nein, nein, ich mein, der andere kommt nicht hoch. Mit dem gleichen Knopf, mit dem du schießt. Oh fuck. Was machst du denn? Nicht auf den Boden schießen. Hallo. Wie komme ich nach oben mit, Leute? Bitte. Du musst jetzt den Stick reindrücken. Komplett reindrücken einfach. Danke. Danke, Leute. Mann! Ich hasse diese Sp... Amit? Die Runde reißt ihr euch wenigstens ein bisschen zusammen, ne? Und wenn das nicht klappt, dann disconnect dich einfach so. Da scheiß ich drauf. Was? Ich scheiß da drauf. Ich tue jetzt einfach mal so, als hätte ich das nicht gehört. Was ist das da? Dieser... Mundmett. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist ein Mensch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Digga Mundmett. Geh weg! Wer bist du? Ach du, ich werfe eine Granate rein, Janis. Pass auf. Das war... Wo ist sie hingeflogen, die Granate? Nicht rein. Digga, Janis ist gelieftet. Nein! Scheiße, wir haben ihn zu sehr abgefuckt, Digga. Wie lieften die anderen Digga. Du musst fixen die Audio, man. Ich habe die beste Mikrofon. Ich kann bei... Du bist cool, man. Aber ich kann mich, ich bin sorry. Was? Ja. Es tut meine Ehrs, man. Es ist self-preservation. Du hast zwei Ehrs. Wenn eine von ihnen zerbrechen, du hast die andere. Ja, aber es macht beide meine Ehrs. Simultaneously, man. Es ist nicht gut. Es ist wie ich mit zwei flaten Tieren auf einem Auto. Du kannst immer driften. Deja Vu, ich bin in this place before. Er hat sich nicht so gut ausgesprochen. Oh, ja. Oh, du kennst das Schöne? Wie viele Polis-Mens gibt es für die Veränderung? Nein, ich weiß nicht. Ich weiß ein Schöne. Ich weiß ein Schöne. Ja, du bist. Ich weiß nicht was du sagst. Ich bin ein Schöne. Es war nur ein Schöne. Ist das ein Schöne? Ist das ein Schöne? Das ist ein Schöne jetzt? Ein Schöne jetzt? Nein, nein. Nein, nein. Okay, Grenade, Grenade. Oh, sch. Sorry. Sorry. My controller lagged, you know. Yeah, I got him. Oh my god. I killed someone. Who's like... Markieren the whole time. One day, a guy and his grandfather went on a walk. Then he found money on the floor. And the grandfather said, you don't pick up what's lying on the floor. And suddenly there is a banana on the floor. The grandfather slips and falls on the ground. Isn't that more of a life lesson than a joke? Isn't that more of a life lesson than a joke? The life lesson is like that you shouldn't step on a banana maybe, yeah? What kind of grenade is this one? Is that like a gas grenade or something? I mean if you look at the scoreboards, I'm number one, you know? See that? Sure, man. 20 kills. Nice. Never give up. Never what? Never what? Never back down. Shoot me bro. Shoot me. I think four. I think four. Do it. What are you guys doing up there? No. And fist bump. Ach so. Zum Abschluss noch ein ganz großes Dankeschön an all die, die mich supporten, obwohl ich nicht so aktiv bin in letzter Zeit. Ganz speziell T-Evertime LP, der größte Ehrenmann. Und natürlich auch meine Gönjamins, Fatih, Debi, Takekarin, Minirake und Mahombi. Vielen Dank für den Support und auch liebe Grüße an meine Beemus. Bis zum nächsten Mal. Peace.